aber safe haben wir da was kurz vor elf da ist eine blaue da ist eine rote wir machen mal so vier blauen noch mal mit und noch mal vier rote jetzt ist geil das war eh dann später mit knochenmähen noch neue blumen hier hin machen glaube ich denn jetzt nur fünf rote und sechs blaue mache ich noch eine rote dann nehmen wir die noch mit hallo ist kein namensheck mehr doch ich würde schon sagen es wird schon wieder schnell steil dunkel laufen erstmal zu unserer hütte machen wir schnell das glas und 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 ich habe kein ja ok 1 2 3 blaue scheiben wieso gibt es denn mehr hä das verstehe ich jetzt nicht egal hallo igna hast du auf ding nicht geschaut auf instagram ah ok ja der zeigt mir das nicht so wirklich an Dann können wir die Erde gerade wieder loswerden. Erde, dahin. Knochen und dass sie loswerden. Das Glas können wir jetzt hier unten noch mit reinpacken. Wir sind hier. Nochmal Reparatur. Sonst alles gut bei dir, Igna. So, da noch blau hin. So, dann muss ich hier hin blau machen. Kommt hier hin das rote. Ah, ich habe in der Küche die Tür nicht zugemacht. Ja, kann soweit nicht klagen. Bisschen komisch geschlafen die Nacht. Aber auch da gibt es Schlimmeres. Weiß nicht, keine Ahnung. Immer wieder mal so komisch wach geworden. So. Also rot und blau ist meine Erfahrung. Das sieht ganz gut aus. Jetzt müssen wir noch hier die Scheiben machen. Ja, was heißt komisch wach geworden? Ne, also Ja, immer wieder mal. Auch, ne. Das hatte ich schon die Nacht davor. Bin ich immer wieder mal wach geworden. So, hier kommen jetzt die blauen hin. Ich hätte das eine Fenster noch nicht zumachen dürfen. Ne, keine Ahnung. Einmal war wieder der Typ, der vor unserer Haustür sitzt, sehr laut. Und dann wird man wahrscheinlich automatisch immer wieder mal wach. Das hab ich kommen sehen. Das hab ich kommen sehen. Ne, da bin ich eigentlich recht tiefenentspannt. Da mach ich mir weniger den Kopf drum. Das muss ich grad mal gucken. Jetzt ist das bestimmt in der Ich muss nochmal vergleichen. Wohl wahr, wohl wahr. Ja, komm, lass mich mal gerade rein. Okay, der hat hier die Wand noch gemacht. Und sind dann quasi Ist das auch Doppelwand? Ne, das ist nur einwandig. Aber das haben die durchgezogen. Okay. Danke. Oh. Dankeschön. Ah, dann bin ich recht früh wach geworden, weil die Freunde arbeiten musste. Frühdienst. Ich hab heute Spätdienst. Morgen Wechseldienst. Also so ein 11 bis noch was Dienst. Also eher meh. So, so viel Diorit hätte es dann gar nicht gebraucht. Yes. So, ne, da haben die, glaube ich, Treppen schon hingebaut. Moment. Ich war heute Morgen schon frisch duschen. Dadurch. Und, und, und. Ja, dann sieht das doch vernünftig aus. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob wir in den Turm was reinbauen sollten, dass man da reinkommt. Äh. Ja, doch, an für sich schon. Aber damit klappe, dass die nicht da hochkommen. Direkt hier, ne, ich würd's direkt in der Ecke bauen. So. Brauch mal Leitern. Ja.